Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es jede Menge kurze Telefonate in unserem Hörspiel aus der vergangenen Woche. Also nichts Neues, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kurzen Telefonaten. Hier ist es für Gerald. My name is Bailey from Global Refund. You were scammed online, Gerald. You're looking to get your funds recovered, right? Please give me a call on this number showing on your screen, okay, Gerald? My name is Bailey. Thank you. Gerald, guten Tag. This is Bailey from Global Refund. We are trying to get through to you, Gerald. You've been scammed. We try and assist you in getting your money back. You have asked for our assistance, so we are responding to your request. Gerald, this is now my third or fourth call to you. Please give me a call back on the number showing on your screen. If you do not understand English, please send me an email in German, and I will try and Google Translate, okay? Thank you. Thank you. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes. I'm going to speak with Mr. Gunther. Mr. Gunther, who I am here? Mr. Gunther, who I am here? Mr. Mia, I'm calling you from the company Forex Time, because they have made a message for us. It goes here on Online Trading and I will give a few information first. Aha. Mr. Gunther, who I am here? 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 Ihre Konto-Managerin und werde Sie da helfen, um das Konto zu aktivieren. Aber erst mal wollte ich nur ein paar Informationen geben und dann können Sie das selber entscheiden. Verstehen Sie? Nicht so richtig, nö. Wo haben Sie denn die Anruferlaubnis her? Wie bitte? Wo haben Sie denn die Anruferlaubnis her? Weil Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Das ist ja keine Anruferlaubnis. Sie haben eine Anmeldung und ich habe Ihnen angerufen und ein paar Informationen erst mal geben. Wie bitte? Es ist ja illegal, wenn Sie dann einfach anrufen. Nein. Doch. Warum? Ja, Datenschutzgrundverordnung. Ja, weil Sie haben selber eine Anmeldung. Hier steht Ihr Name und Ihre Nummer. Ja, für richtig, aber spielt ja keine Rolle. Ich habe ja trotzdem kein Double-Opt-In gegeben, dass ich angerufen werden darf. Und? Es ist mir egal. Also sind Ihnen die Gesetze egal? Ja. Weil Sie haben selber eine Anmeldung gemacht. Also sind Sie kriminell, wenn Ihnen die Gesetze egal sind. Ja, ja, bin ein Kriminell. Betrügerin. Das, was, was, was sprechen Sie jetzt mal? Ja, Sie sind eine Betrügerin. Haben Sie... Betrüger? ...eine Firma gesät oder so? Warum sollen Sie... Das ist so, man kann man nicht besitzen. ...sprechen. Ja, sprich mal vernünftig Deutsch, dann kannst du vielleicht auch kommunizieren. Okay, okay. Ja. Mal eine Schule besuchen oder so. Ja. Hallo. Hallo. Frau ist Patrick James, genau? Patrick ist mein Name, Patrick James Rufi ist sie an von Kryptonatik Hallo? Ja Mein Name ist Patrick James Rufi ist sie an von Kryptonatik Ich bin der Finanz-Expert hier wo möchte ich Ihnen, wenn Sie Zeit haben, paar wichtige Informationen über das Thema Kryptowährungen Arbitrash-Handel, Kryptobot Sagen Sie etwas, wenn ich fragen darf? Nee Kryptobot, oder wie können wir auch andere sagen Fullautomatisierte Handelsroboter ist eine Software, wo arbeitet selbstständig für Sie, Herr Merte Kauft und verkauft Kryptowährungen in einem Marketsplatz in einem Marketsplatz und verkauft in einem anderen Marketsplatz weiter wo teuer ist, ja? Aha Okay Transfer Guten Tag Hallo, Herr Merte, Angelo Ja Okay Ich hab vor Ihnen angeruft, ja Patrick bin ich Wir waren zusammen im Gespräch, aber die Leitung vielleicht war plötzlich weg Ja? Herr Merte Wie gesagt, ich hab Ihnen angefangen zum Kryptobot erklärt, ja? Kryptobot Was heißt Kryptobot, ja? Haben Sie früher über den Kryptowährungen gehört, wenn ich fragen darf? Mhm Kryptowährungen Wissen Sie, was das ist? Ja? Herr Merte Können wir zusammen sprechen, oder? Ja, Sie sprechen doch Okay Ja, das ist eine Fullautomatisierte Handelsroboter, wo kauft Kryptowährungen in einem Krypto-Exchange und verkauft es weiter in eine andere Krypto-Exchange mit einem höchsten Preis, ja? Okay Wir arbeiten mit 25 verschiedenen Krypto-Exchanges Zum Beispiel wie Binance, Kraken, Coinbase, Polonex, Bitom und so weiter, okay? Zum Beispiel haben wir Ethereum bei Binance, wo kostet 1000 Euro, ja? Bei Kraken, das kostet die gleiche Währung, kostet 1000, 100 Euro, ja? Kaufen wir wo 1000 Euro ist, verkaufen wir wo 1000 Euro ist, ja? Das heißt Kryptobot oder Arbitrage, okay? Und durch diese Software können Sie gute Profite erreichen, Herr Merte, ja? Das arbeitet nicht nur mit einer Kryptowährung, aber arbeitet mit verschiedenen, okay? Gleichzeitig könnte er auch arbeiten mit 5 Kryptowährungen, Herr Merte Aha Okay Oder nehme ich ein anderes Beispiel Zum Beispiel, Sie wohnen in Deutschland, ja? Sind Sie eine deutsche Einwohner, ja? Bei uns gibt es natürlich Aldi, Rewe, Lidl und so weiter, ja? Kaufen wir eine Flasche Wasser bei Aldi, Volvik Wasser, wo kostet 70 Cent normalerweise und verkaufen wir bei Penny weiter, wo 1,20 Euro ist, ja? Oder am besten verkaufen wir es bei Kiosk, wo 1,50 Euro ist, ja? So funktioniert auch Arbitrage Handel, Herr Merte, okay? Wenn Sie Interesse haben, das zum Schauen natürlich, wenn Sie ein Online-Gerät dabei haben, ein Handy, Smartphone, ist überhaupt kein Problem oder ein Rechner, kann ich Ihnen auch mal unsere Plattform buchstabieren, wo kostenlos können Sie auch schauen, ja? Mal besuchen, ja? Merte Merte Okay Haben Sie einen Rechner, ein Gerät? Was? Haben Sie einen Computer, einen Laptop, Smartphone, Tablet? Nee Haben Sie nicht? Nee Okay Aber mit was sprechen wir jetzt? Mit einer Festnetznummer, oder? Ja Okay, haben Sie kein Handy? Nee Okay Sie sind ganz alte Generation, glaube ich, Herr Merte Merte Computer haben Sie auch nicht, ja? Nee Okay Dann müssen wir das alles abschließen, ja? Ich entschuldige mich für die Stellung Tschüss, Betrüger Hier ist die Betrüger-Hotline Und da ist wieder derjenige mit der Maus im Hintergrund Mensch, du hast aber eine olle alte Maus Und deine Tastatur scheint ja auch noch aus der Steinzeit zu sein Na ja, tschüssi Hallo? Ja Herr Flitzkacke Ja, Herr Betrüger? Ja, bist du schon wieder, ne? Ja, natürlich Na, wie geht's? Entzücken Alles gut? Ja Entzücken Wie läuft hier Tag so? Ja, ganz gut Ah, guck mal Alles gut Rufen viele Betrüger an Lohnt sich heute wieder Wie bitte? Wir sind auch ein Betrüger? Wir sind auch ein Betrüger? Was haben Sie gesagt? Sie sind Betrüger? Nicht gut, ne? Ihr seid ja Betrüger Rufen heute wieder ganz viele an Ist heute wieder ein guter Tag Viele Aufzeichnungen auf YouTube Ja Ja Ist aber schön lauter bei euch Ja Hallo, guten Abend, Herr Steiner Ha Mein Name ist Lina Cohen Sie haben sich auf der Webseite Crypto Method angemeldet Das ist eine Handelsplattform Crypto Handelsplattform Ha Also wenn Ihre Anmeldung immer noch aktuell ist Als Account Managerin muss ich Ihnen einfach helfen Handelskonto richtig aktivieren Aha So, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Nö Also, bei uns ist es so, dass innerhalb von zwei Wochen Sie können die Plattformen einfach testen Und alles mit dem Finanzberater besprechen Und schauen, wie bei uns alles funktioniert Aha Sie können natürlich früher, aber auch nach zwei Wochen, wie Sie wollen Das Geld investieren schon Aha Okay, Herr Steiner, darf ich fragen, wie alt sind Sie? Ne, dürfen Sie nicht Wie alt sind Sie? Habe ich doch jetzt beantwortet Ich habe nicht gehört, Entschuldigung Ja, Sie dürfen nicht fragen Okay, alles klar Ähm, dann Ich habe drei wichtige Fragen Nur, wenn Sie beantworten auf diese Fragen, können wir weiter mit Ihnen arbeiten Aha Also, wie alt sind Sie? Wer sind Sie von Beruf? Ähm, und wie viel Guten Tag Hallo Ja Ja How are you, was going to get on? Aha You speak English? Ich mag Brause Hallo Ja Ja Hallo 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 Ja Ja. – Меня зовут Андрей, звоню из компании Nutri-A-Farm. Vedущий специалист по продукции, на которую Вы оставили заявку. Препарат называется для мужского здоровья Империатор. – Заявка от Вас? – На Император заявка от Вас? – Заявку на Император Вы оставляли? – То есть оставляли, да? – Я Вас услышал, всего доброго, до свидания. – А? – Ja. Ja, hallo. Neumann am Apparat. Hier ist der... Ja, ich meinte mich vom Vergleichsportal. Sie haben ja Interesse an Trading gezeigt. Können Sie mich noch zuordnen? Nö. Haben Sie denn noch Interesse an Trading bezüglich Handel mit Forex und verschiedenen Finanzprodukten, zum Beispiel Rohstoffen, Edelmetalle, etc.? Nö. Nö, tschüss, wenn Sie schon... Ja. Ja, hallo. Grüße Sie. Neumann am Apparat von Vergleichsportal. Sie haben sich ja registriert und Interesse an Trading gezeigt. Besteht Ihrerseits noch Interesse an Handel mit Forex? Nö, ich habe mich nirgends vor registriert. Mhm. Okay, danke Ihnen. Tschüss. Ja, bitte. Ja, wunderschönen guten Tag. Herr Kreisholzer, ich grüße Sie. Herr Kleine am Apparat hier von der Support-Apteile in Crypto.de. Störe ich oder passt das kurz bitte bei ihm? Ja, Sie haben sich in unseren Online-Trading-Sortware arrestiert. Ja, und dann wollten Sie auch gerne starten. Da wollte ich mal fragen, haben Sie bereits Erfahrung oder sind Sie noch in diesem Bereich? Rufen Sie einfach an. Bitte? Rufen Sie einfach an. Wie bitte? Rufen Sie einfach an. Ich soll ihn wieder anrufen? Ja, das ist Spaß. Rufen Sie einfach an. Ach, Sie haben gesagt, dass ich mich nochmal melden soll, was? Oh, mein Gott, bitte. Rufen Sie einfach nicht auf den Firmen, oder? Rufen Sie einfach an. Nach zehn Minuten wieder anrufen? Ja, bitte. Guck mal hier, der Neul an. Hallo? Hallo? Ja. Spreche ich gerade mit Herrn Kurt? Ja. Hallo Herr Kurt, ich bin der Matthias Höfer von der Blockchain Support. Aber Sie gehört über Blockchain? Also, in der Blockchain kann man schauen, alle die Transaktionen, die Leute machen, im Kryptos oder im Online-Trading. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich? Schlecht. Also, darf ich fragen, haben Sie eine Erfahrung gemacht? Hallo? Ich höre ich Sie nicht mehr. Entschuldigung, nochmal bitte. Herr Gott! Ja, hallo Gustav? Gustav? Was? Gustav? Hör Sie nicht! Hör Sie nicht! Hallo? Hallo? Guten Tag? Guten Tag? Guten Tag? Guten Tag? Was? Freut mich? Ich heiße Frau Mayer, Kate Mayer. Ich bin ein Kontomenagerierin von der Blockchain-Tierner. Sie haben eine Meldung über unsere Pflege gemacht. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Haben Sie irgendwas im Mund? Was? Haben Sie irgendwas im Mund? Was haben Sie? Haben Sie irgendwas im Mund? Ob Sie irgendwas im Mund haben? Weil Sie Nuschel suchen. Kannst du bitte... Hallo? Hallo? Ja? Ich höre Sie nicht! Ich höre Sie nicht! Nee! Warum nicht? Sie müssen ein bisschen lauter stehen, wenn Sie nicht hören. Hallo? Ja? Ja? Guten Tag? Ich spreche mit Herrn Bunte. Mit wem? Freut mich? Ich heiße Frau Mayer. Ein Kontomenagerierin. Was glauben Sie? Ich bin ein Kontomenagerierin von Forex Time Firma. Wir haben eine Meldung über Online-Investitionen gemacht. Aha. In Ihrer Meldung interessieren Sie für Online-Investitionen wie Bitcoin, wie Gas, wie Öl. Haben Sie Zeit zu mir hören, bitte? Wir wissen gerade der Kurs für den Pokémon-Karten. Äh, was? Wir wissen gerade der Kurs für den Pokémon-Karten. Na und nun? Kommt da eine Antwort oder...? Ja? Hallo? Ja? Ich spreche ich mit Herrn Wolfgang? Nee. Das ist unmöglich. Sie sind angemeldet. Es gibt keinen Wolfgang. Keinen Herrn Wolfgang. So, ja. Sind Sie Wolfgang Wurstwasser? Ja, Herr Wurstwasser, aber nicht Herr Wolfgang. Wurstschlömer? Hallo? Ja? Ja. Grüß Sie, Shop Online, Rostan. Es geht um Ihre Bestellung, um die Bestellung eigentlich von Frau Ella. Prostovit. Oder? Sind Sie Herr Ella? Ja. Okay. Schöne Bereichen. Prostovit haben Sie bei uns bestellt, aber nicht gekriegt. Sehen wir. Genau. Ist nichts angekommen. Augenblick, ich schaue mir, was ist los. Würde das verfolgen, um zu verstehen. Ja, das ist zurückgeschickt. Ja. Seit langem. Möchte ich begreifen, ob die Adresse stimmt. Braunschweiger Straße 55 Berlin, 120 55. Ist das? Ja. Was? Die Postleitzahl, 120 55 Berlin, wohnen Sie. Ja. In Braunschweiger Straße 55, wohnen Sie. Und Hordensack steht am Refgasten und draußen, Ihr Name? Ja. Mhm. Und Sie sagen, es war nicht geliefert, überhaupt nicht? Ja. Keinen Zählchen, nichts haben Sie gekriegt. Genau. Okay. Falls das noch aktuell ist, können wir nochmal schicken lassen. Obwohl ich sehe, schon zweimal wurde geschickt. Haben Sie nicht gekriegt, ja? Ja. Kommt einfach nicht. Mhm. Also, brauchen Sie das noch, oder? Natürlich. Mhm. Okay. Ich sehe mehr, Sie haben eine, äh, vidiöse Bestellung bei uns. Sozusagen. Äh, 6, 12, 16 Packungen. Ja. Und nachher dann fertig. Und, ja, 16 Packungen für 472. So, gut. Dann, äh, probieren wir nochmal schicken lassen. In 4 Tagen sollte das mit DHL ankommen. Ja. Hoffentlich kriegen Sie das nochmal. Also nicht mehr mit DPD. Diesmal. Nein, 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 nein. Ja, mit DHL liefen wir schon. Ja. Damals, äh, lieferte bei uns GLS. Deswegen, ähm, äh, 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 war es peinlich. Deswegen haben wir die Transporte verändert und, ja, hoffentlich kriegen Sie das mal. Ja. Ja. Äh, Sie bezahlen per Nachname, wissen Sie schon. Falls Sie nicht da sind, bekommen Sie den Zettel, werden Sie von Post abholen. Ja. Gut, danke. Dann sind die 400 Euro da, genau. Aha. Gut. Prima. Danke Ihnen. Alles Gute. Tschüss. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Andrea Baron ist am Apparat. Ich melde mich von Eul Profit, wo Sie eine Registrierung gemacht haben. Grüße Sie. Wer möchten Sie denn sprechen? Andrea Baron, ich möchte mit, äh, Loris sprechen. Loris. Loris. Gibt's ja nicht. Ja. Herr Knusprich, Knusprich gibt's ja. Ja, Knusprich. Genau. Na, warum fragen Sie danach nicht? Also, Sie haben eine Registrierung unter diesem Namen gemacht, richtig? Nee. Aber wer war das? Wollte ich nicht. Wenn Sie nicht wissen, dann, äh, wie soll ich das wissen? Na, Sie müssen doch das wissen. Sie sind doch dazu verpflichtet. Also, Herr, bitte, äh... Woher haben Sie denn die Daten? Wir haben die Daten durch Eul Profit.de. Sie haben durch unsere Werbe Ihre E-Mail-Adresse gelassen und Nummer und den Namen. Ja, vielleicht machen Sie das nicht, aber... Aufgrund rufe ich Sie an, weil ich Ihre Daten habe. Umsonst rufe ich Sie nicht an. Ach so, also jetzt kümmern Sie sich, äh, gar nicht ums Datenschutzgesetz. Interessiert Sie nicht, ne? Ich habe das selbst gemacht, deshalb habe ich Sie angerufen. Haben Sie Interesse bei Eul Profit teilzunehmen und an der Börse? Nein, ich habe keinen Interesse, um mich mit Kriminellen zu unterhalten, die auf den Datenschutz scheißen. Ähm... Sie haben keine Erlaubnis anzurufen. Sie können euch einfach bei fremden Leuten anrufen. Solange, dass ich in das System eine Registrierung bekommen habe, persönlich von der Kunde, habe ich die Erlaubnis der Welt, Sie anzurufen, in welcher Uhrzeit ich will. Nee. Natürlich, weil Sie haben selbst das gemacht. Nee, auch nicht. Aber wer hat das gemacht? Ja, weiß ich nicht, wo Sie die Daten gekauft haben, aber letztendlich ist das illegal, dieser Anruf hier. Doch? Nein, da sind nicht illegale, wir kaufen keine Daten. Doch? Vielleicht weichern Sie mir doch da nicht. Das ist das Datenschutzgesetz. Datenschutz-Grundverordnung. Lesen Sie sich das mal durch. Äh... Ja, mein lieber Herr. Ich rube Sie an, weil Sie eine Registrierung gemacht haben durch EULS. Wir haben es geklärt, stimmt ja nicht. Dann, äh... Was wollte ich Ihnen sagen? Dann können Sie Ihre Daten selbst löschen jetzt, damit Sie auch keine weiteren Anrufe kriegen. Es braucht doch nichts löschen, was ich nicht eingetragen habe. Das ist Ihr Job. Es ist nicht mein Job und wünsche Ihnen auch viel Spaß. Und bitte machen Sie keine Registrierung bei... Klar, das ist Ihr Job als billiger Callcenter-Mitarbeiter. Sie müssen keine Registrierung machen durch die Werbe, wenn Sie kein Interesse haben oder keine Ahnung haben. Ja, das haben Sie ja gemacht. Sie sind ja kriminell. Aha. Und Sie kriegen auch bald eine Strafe für das, was Sie tun. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Krimineller Betrüger. Wertlos. Ja, das sind Sie gerade. Tschüss. Ja, guten Tag. Ja, hallo. Komm nach Türkei, ich werde dein Mutter ficken, du hohe Sohn. Ach, das ist aber nett von dir. Sollst du dir mal geben, Mutti? Ich fick deine Schwester, du hohe Sohn. Komm nach Türkei. Noch in Türkei? Ja, wo muss ich sie denn abheben? Hast du da eine Adresse? Vielleicht kannst du ja mal ein paar Kamele mit dir zusammen machen. Fick dich. Da, wo deine Mutter fickt denn? Ja, danke. Ja, schön. Wollte mal ficken? Komm her, ich bin bereit. Ja. Süßte? Ja, bitte. Hallo. Hallo, Herr Aufgang. Hallo. Ja, was denn? Schön, Sie meinen Apparat zu haben. Wie geht's Ihnen? Ja, das glaub ich nicht. Was glauben Sie nicht? Ja, das schön ist, mich am Apparat zu haben. Warum glauben Sie es denn nicht, Herr? Na, weil gleich der Tag bestimmt versaut ist. Warum? Weil du eine Kakerlake bist und ein Betrügervieh. Und was passiert, wenn ich jetzt, äh, dir 1.000 Euro überweise, weil du ein guter Mann bist? Na dann mal los, du Kakerlake. Überweis mal 1.000 Euro. Soll ich dir 1.000 Euro überweisen? Na los, hopp, hopp. Soll ich dir Paypoint sagen? Obwohl du mich so nennst? Das ist doch nicht gut, aber. Ja, du bist ja auch ein Vieh, aber Geld gehabt geben kannst du trotzdem. Ich bin ein guter Mann. Ne, ne gute Kakerlake höchstens. Äh, entschuldige dich, ich, 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 überweis die App für 1.000 Euro. Na dann los, die E-Mail-Adresse haste. Sag Entschuldigung, dreimal. Nö. Sag Entschuldigung. Kannst du die Pana lecken, wo gerade was Frauen nicht rausgekommen ist? Das war Fickter Hurensohn, sag Entschuldigung. Nö. Kleiner Hurensohn, sag Entschuldigung, Entschuldigung. Den 15 Euro überweisen und gleichzeitig meinen Geschlechtszell in der Mutter. Dann wisst ihr was dir zusteht. Sag, 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 ich, ich fick deine Mutter, sag Entschuldigung. Nö. Du dreckiger, Nuss Nöö, sag dreimal Entschuldigung. Ja, du bist mit Kakerlake. Sag dreimal, sag dreimal Entschuldigung. Hast du grad ein Geschlechtszell im Mund, weil das hört sich so an. Bell, Bell einmal wie ein Hund. Ja, ich glaube du hast einen Geschlechtszell im Mund, so wie sich das anhört. Bell einmal wie ein Hund? Ja. Deine Hurensohn, Bell einmal. Mmh. Könnt ihr eigentlich auch andere Kraft ausdrücken, weil das ist langsam langweilig. Sag mal. Hallo, guten Abend. Sprich ich gerade mit Herr Felix. Was? Herr Flitzekacke. Sprich ich gerade mit Herr, ja, Flitzekacke, richtig? Ja, Herr Felix Flitzekacke ist am Apparat. Ja, okay, freut mich für Sie. Paula Massi ist am Apparat. Ich melde für Sie von Investing.com. Wegen Ihren Interessen, das Sie mit Online-Investitionen haben. Erinnern Sie sich? Ja. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder haben Sie nur Interesse gezeigt und Sie brauchen ein bisschen mehr Informationen, wie das funktioniert? Ja. Ja, was für ein Jahr ist das? Ja. Wie bitte? Ja. Ja, und was? Na was denn? Was wollen Sie denn hören? Was soll ich denn sagen? Okay, ich habe Ihnen zwei Optionen anbieten. Bei welchen Optionen sind Sie? Nämlich die, äh, die dritte. Die dritte? Ja. Wie ist die dritte Option? Na, die dritte Option wäre, du suchst dir einen neuen Job und machst was Anständiges aus deinem Leben. Okay, was möchten Sie in diesem Leben machen? Wollte ich nicht. Ja, sagen Sie mir bitte. Ja, ich könnte ja was Sinnvolles machen. Irgendwo putzen gehen oder so. Okay, Herr Slipzerkake. Ich weiß, Sie haben viele Anrufe von den anderen Unternehmen bekommen. Deswegen sind Sie so müde von diesen Anrufen. Richtig? Boah, ich hab ja, ich kann gar nicht mehr mehr zählen. Also das letzte Mal, wo ich geguckt habe, waren es über 4000 aufgezeichnete Telefonate schon bei YouTube. Wie bitte? Ja. Was für ein YouTube? Haben Sie eine Video in YouTube gemacht? Nee, was ist denn das? Aber Sie haben mir YouTube gesagt. Da haben Sie sich verhört. Oh, so. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, den wünsche ich mir auch. Ja. Ja, здравствуйте. Меня зовут Марина. Ich bin die Anrufe von Nutriopharm. Sie interessiert sich mit den Präparaten, richtig? Für menschliche Gesundheit. Sie hören mich? Ja. Für dich, für jemanden von uns. Ja. Ja, das ist ja? Ja. Ich bin die Anrufe von Nutriopharm. Kannst du eine Ahnung lodge pointen? Vom mich selbst spreadsheet? Ja. Ja. Ja, und das 볼wöste, libre cowardich, deriniere Präparat kann? ugly. Als das geht, dann geht esTOR. Ja. Ja, Здравствуйте. Меня зовут Marina. er hätte sich die Kampagne und das ist schon wieder und nicht dran Lammuskonferenz wird wenn ich mal was benötigt es war und geht es nicht bei der ersten Sündung wie komisch Stuttgart durch die Mauschen eigentlich immer nicht schon bald sein durch die Krasse oder wird so und überstehen jetzt leckeres älter dann gab es dann aber wird ja auch bei der Kräfte und gegenseitig einreiben und er hat das Leben ja das bin ich auch eine gute Idee er hat aber machen ja wenn auch wenn ich denke ich auch dass man so ja hier ist die Katalaken Verwaltungsstelle Herr Kurt wir können ich ihnen helfen warum hast du nicht ich hab dich vorher vor 10 Minuten auch angerufen warum hast du nicht angeantwortet ja war ich kacken also ich bin auch vergessen jetzt bin ich fertig mit kacken ist gerade abgewischt haben sie sich telefonieren was möchten sie denn wie kann ich ihnen dann behilflich sein ne ne sie können gar nicht sie können mich gar nicht ne ist ihnen nicht mehr zu helfen ne also ihr müsst mal ein bisschen lauter reden sie sind sehr leise ja ja ich leh ich leh so selber selber so ist mir zu leise lege ich jetzt auf tschüssi alles ja hallo schönen guten Tag halte mein Name vom Service Team der Vorsorge spreche ich mit dem Herrn Mario Kart ja was denn für eine Vorsorge hallo schön dass ich sie erreiche es geht einmal um die Auswirkung der Gesundheits- und Zahn- der was ja hallo ja guten Tag ich grüße Sie hier ist Paulina von Iron Effects wie geht es Ihnen von wo sind Sie Iron Effects wir haben schon miteinander einmal gesprochen bezüglich Ihrer Registrierung bei uns es geht um Trading Online ich wollte fragen ob Sie immer noch Interesse haben an diesem Handelskonto aber Sie haben es bis jetzt noch nicht aktiviert oder verifiziert haben Sie noch Interesse nicht bei Betrügern warum Betrügern Iron Effects existiert seit 2010 nö das ist ja Quatsch wie bitte das können Sie sehen an unserer Webseite das kann man da so hinschreiben ja aber wenn man die Domain prüft nein das ist nicht Fakt Sie können das ganz einfach überprüfen habe ich ja ich habe die Domain mal eingegeben wann die gekauft wurde die ist ganz neu was meinen Sie ganz neu ja diese Firma existiert zwölf Jahren ich glaube Sie haben Ihre oh ok schönen Tag noch mhm du hallo schönen guten Morgen Sonne Klein mein Name ist das Team der Vorsorge und zwar ich würde gerne sprechen mit Gerold Steiner sprechen bitte mh ich grüße Sie ganz herzlich es geht hier einmal um Ihren Gesundheitsstatus also wie Sie ja wissen zahlt Ihre gesetzliche Krankenkasse einen Teil Ihrer Zahnarztrichtungen und den Rest zahlen Sie aus eigener Tasche richtig? nee haben Sie denn eine Zahnzusatzversicherung fehlende Szene oder aber auch nö habe ich alles nicht ok gut weil das ganze System ist sehr gut aus bei Ihnen denn das ganze wurde jetzt bei Ihnen reduziert und das ganze dann auch auf nur noch 18,50 Euro und das bleibt dann auch dabei fürs Jahr nach dem Jahr können Sie selber entscheiden ob Sie dann weiterhin versichert bleiben möchten ja oder nicht können Sie sogar täglich kündigen ja das heißt Sie sind komplett abgesichert und befreit von allen zahnärztlichen Kosten ja Herr Steiner mhm also ich schicke Ihnen das ganze soweit einmal zu zwei bis drei Werktagen später haben Sie die Unterlagen da diese Unterlagen dann auch bitte einmal abheften finden Sie das nicht ein bisschen unverschämt so einen asozialen Job zu machen machen Sie mal irgendwas anständiges in Ihrem Leben als die Leute am Telefonen irgendeine Scheiße anzudrehen die sowieso nicht funktioniert ok Herr Steiner Sie haben gar keine Anruferlaubnis äh doch Sie haben an einer Umfrage teilgenommen natürlich ne das ist Quatsch wenn man an einer Umfrage teilnimmt ist kein Double Opt-In damit gegeben Sie machen sich strafbar ich möchte sofort den Firmnamen Herr Steiner und Ihren Namen Herr Steiner wie ist Ihr Firmname Herr Steiner Sie haben an einer Umfrage spielt keine Rolle Ihr Firmname doch ne können Sie mir mal zu haben ich höre Ihnen nicht zu ich möchte von Ihnen den Firmnamen ok dann tut mir leid dann sagen Sie mal können Sie eigentlich irgendwas in Ihrem Leben oder sind Sie dazu auch zu blöd mh ok machen Sie was vernünftiges mh alles klar ich wünsch Ihnen auch einen schönen Tag um Gottes Willen sind Sie erbärmlich ja hallo ja schönen guten Tag Herr Steinferger mh hallo ja ja bitte hallo ja was denn hallo hey Puffel ich bin das aus dem Apparat von dem Bitcoin System aha profisierend weil ich sehe dass Sie haben ein Investitionkonto bei uns registriert und an der Nutzung unseres System interessiert sind hallo Tag hallo ja guten Tag ich grüße Sie hier ist Polina von IronFX wie geht es Ihnen alles gut ich kontaktiere Sie bezüglich eine Registrierung für den Online Trading aha Sie haben ein Konto registriert am 3.11. ich wollte fragen ob Sie immer noch Interesse haben diese Konto zu aktivieren nö 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 ok alles klar schönen Tag noch winke winke hallo 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 schönen guten Tag Tag Emilia ist mein Name von Express Red Emilia Hart genau ja ich habe gesehen Sie haben sich auf unserer Plattform ein Handelskonto registriert ja deswegen möchte ich Ihnen kontaktieren ja äh möchten Sie Ihre Konto aktivieren natürlich aber sind Sie nicht seriös na warum sind Sie nicht seriös ja oh das ist aber schade ich dachte Sie sind seriös oh Emilia Hart ja ja Frau Hart ja was ist ein Problem Hart ja was ist ein Problem bitte sagen Sie mir nee ja ja warum ja ja wollen wir uns mit Honig gegenseitig einschmieren Frau Hart ich hätte noch ein bisschen Blütenhonig da sind Sie Psychologin krank oder was ja ja stimmt ja okay okay aber es tut mir leid warum weil du bist Hofhundsohn ja ja genau ja hallo ja guten Tag spreche ich mal mit mit Herrn Karl das ist mein Vorname Klappauterbach ja Klappauterbach ist mein Name bitte Hallo ja 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 ist ja schön laut da bei euch ja hallo 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 wie geht es Ihnen ganz gut er macht mich mit dem Apparat Herr Spinkete ich grüße Sie zuerst mal Sie übersteuern ganz schlimm Herr Gunther, hören Sie mich? ganz schlecht ja ich verstehe, weil vielleicht ist eine schlechte Verbindung wegen dem schlechten Internet also jetzt, hören Sie mich besser jetzt? nein, Sie übersteuern ein Moment, ein Moment bitte schön ein Moment ja jetzt, Herr Gunther ne, Sie übersteuern immer noch Herr Gunther ähm, also ich werde Ihnen eine richtige Information mitteilen und wenn Sie haben mich nicht verstanden ne Sie übersteuern steuern? Sie übersteuern übersteuern übersteuern? über was? welche steuern? Sie übersteuern ich verstehe das störe, aber es ist nicht mein Schuld lassen Sie mich diese Information mitteilen Herr Gunther, gehst du um eine gestartete Transaktion mit Ihrem Namen, wo Sie früher eventiert haben? ich verstehe Sie so nicht das ist ekelhaft Herr Gunther, hören Sie mich jetzt? ne, immer noch nicht besser immer noch nicht besser? mhm ein Moment, ein Moment, liebe Herr, ein Moment ich lege auf ne, das ändert er nicht, Sie haben Ihr Mikrofon falsch eingestellt die Mikrofon hat eine Fehler, ein Moment, ich werde sofort anrufen aber das ändert sich ja nicht, wenn Sie nochmal neu anrufen ja Herr Gunther, hören Sie mich jetzt? nö, ist nicht besser das Mikrofon ist immer noch scheiße Herr Gunther, ist eine Fehler wegen die Leitung aber ne, das liegt ja am Mikrofon verwirren Sie mich, verwirren Sie mich jetzt? das Mikrofon übersteuert Verstehen Sie das nicht? äh, wenn ich spreche Ihnen gerade für Ihre verlorene Geld übersteuert bis auf hallo? für Sie gerade mit Herrn Gunther übersteuert immer noch Ihr Mikrofon ja, hören Sie? ja, hallo? Herr, hören Sie? wie gesagt, Ihr Mikrofon übersteuert ganz furchtbar die Mikrofon hat nicht Probleme, die Probleme hat ein bisschen die Leitung ne, es übersteuert am Mikrofon das Mikrofon ist viel zu laut eingestellt die Mikrofon ist sehr zu laut und ich werde sehr, äh, langsam und ruhig sprechen ja, es macht ja nichts, dadurch, wenn Sie langsam reden wird es ja nicht besser die Qualität ist einfach furchtbar die Qualität ist einfach furchtbar ja, es liegt am Mikrofon nicht an der Leitung ich denke, ich denke, Sie hören mich sehr gut Mikrofon ist viel zu laut eingestellt ja, okay jetzt kann das besser gehen, glaube ich jetzt ist ein bisschen besser perfekt, jetzt ist ein bisschen besser Herr Gunther die Grund, warum haben wir Ihnen angerufen? ne Herr Stinke C, nicht Herr Gunther 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 ja, es übersteuert noch mehr, man versteht Sie jetzt nicht ja, ja, normal weil ich wieder mit laut jetzt jetzt ist viel zu laut, jetzt geht gar nichts mehr ja ja, hallo, zum Montag, spreche ich bitte mit Herrn Ander ja, Cury Ander hallo ja hallo ja, was denn ja, bitte schön äh, Volker ja ja aha wir werden kurz mit Ihnen gesprochen ähm erinnern Sie sich? nee ähm also, äh haben Sie, äh eine E-Mail von uns bekommen? nee aha äh ok können Sie von selbst zu uns eine E-Mail, ähm senden? warum? äh was bitte? warum? äh damit, äh äh wir, äh eine, ähm äh eine, ähm Copy Link, äh plus, äh so die Zahlen, äh senden zu, äh zu sichern aha äh können Sie bitte anschreiben, äh ähm eine E-Mail-Adresse? nee warum nicht? na, ich hab Euch doch nur verarscht äh 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 warum nicht? äh dann, äh dann, ähm kann ich am Montag, äh äh ziehen, anrufen und äh äh diese Wochenende können wir, äh nachdenken nee hab Euch ja noch veräppelt was bitte? äh ich hab Euch verarscht Ihr seid Betrüger ja ja da, danke bitteschön ja hallo, schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Steiner? so sieht's aus hier spricht Katharina Weichert, äh die Account Managerin von Trading Platform Sie haben sich auf unsere Börsen-Plattformen gemeldet, ist das recht? ne ne? ok, vielleicht das ist unsere System-Fälle oder was, aber ja ja, trotzdem, ich möchte fragen, haben Sie Erfahrung im Bereich Investment? ne äh bitte, bitte wiederholen Sie, haben Sie schon Erfahrung in diesen Bereichen, Trading oder Investment? ne ne ok, brauchen Sie noch einen Verdienst extra ab 200 Euro pro Monat? ne ja, wir sind ein freiwirtschaftliches Finanzenvernehmen und äh wir bieten Ihnen eine Zusammenarbeit an und da könnten Sie, ähm ähm noch einen Verdienst, ja, eine passive Einnahmequelle bekommen aha interessieren Sie sich über die Investment? ne ne ok, ja, kein Problem, fast 90% von meinen Kunden haben keine Erfahrung, das ist normalerweise ja ja, ok, aber wann darf ich sagen, was machen Sie beruflich? Kaffee Satz lesen äh, wie bitte? wiederholen Sie? Kaffee Satz lesen äh, Entschuldigung, wir haben heute Probleme mit Verbindung, äh sagen Sie mir bitte, haben Sie WhatsApp auf dieser Nummer? ne ne ok, ok, dann ich sehe, jetzt habe ich bemerkt, dass haben Sie, ähm, auf unsere Werbung auf Kryptomethod reagiert und da Ihren Kontakt hinterlassen. Interessieren Sie sich über die Kryptowährungen? nö äh äh, schauen Sie bei uns, äh, Sie haben einen Anspruch mit unserer Finanzabteilung und da, unsere Finanzanalytiker können eine persönliche Strategie erstellen. ja 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 aber, ich bin Account Manager, ich kann nur Ihre Handelskonto zu eröffnen? ja ok, und welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie? Visa, Mastercard oder Online Banking? mh ja welche haben Sie? die 3 3, ok, ja, dann ich wünsche alles Gute, schönen Tag! ja, tschüss, getrunken ja ja ja, guten Abend hallo, Sie grüß Ihnen Herr Klein am Apparat hier von der Supportabteilung Crypto.de ne, störe ich im Moment oder passt das kurz bei Ihnen? ne, jetzt passt es grad nicht sind Sie beschäftigt oder noch auf der Arbeit? morgen habe ich Zeit, ab 15 Uhr morgen um 15 Uhr ja, ich wollte Ihnen nur kurz mitteilen, wenn Sie mir eine Sekunde schenken können ja hallo, einen schönen guten Abend hier aus Basam, Lea Rottenberger wir haben gestern mit Ihnen telefoniert, meine Kollegin Frau Wecker ist heute leider kranker und wir haben für Sie ein paar E-Mails geschickt, haben Sie das bekommen? ja, aber ich habe jetzt für sowas keine Zeit, also morgen ab 15 Uhr 10 dann ok, alles klar, dankeschön, schönen Abend noch, tschüss tschüssi ja, bitteschön hallo, guten, guten Abend mhm ey, dann brauche ich noch mal Apparat, sprich ich gerade mit dem Herr Gerold Steiner ja, aber ich habe gerade keine Zeit ok ich brauche nur zwei Minuten von Ihrer Zeit her ja, ne, dann morgen, um 15 Uhr 20 15 Uhr 20? ja ok aber lassen Sie kurz mich erklären, ok? ich habe jetzt wie gesagt keine Zeit ok, ja dann bis morgen tschüss tschüss ja, guten Tag ja, guten Tag ja, guten Tag, spreche ich mit Herrn Steiner? mhm mein Name ist Viktor Kaminski, ich melde mich von Bitcoin Traders App Sie haben gerade eine Anmeldung gemacht, stimmt? ja, aber ich habe jetzt keine Zeit für sowas, morgen um 16 Uhr können Sie anrufen morgen um 16 Uhr 16 ok ein schönes Abend noch jo tschüss tschüss d ja, guten Tag hallo 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 ja schünen guten Tag, schön, dass Sie Sie erreichen, Herr Bola Ich bin die Beraterin der Firma Shop Online, Anna, heiße ich. Sie haben bei uns eine Anfrage gestellt für das Produkt Sisonnäher-Termin. Dieser Name Thomas Krüller und diese Telefonnummer. Ja. Können Sie da noch mal ein Römer sagen? Ja, um wie viel Uhr bitte? Um 17 Uhr. Morgen um 17 Uhr oder heute? Weil heute haben wir die 17 Uhr schön. Soll ich bei Ihnen nochmal melden bitte? Morgen um 17 Uhr. Morgen um 17 Uhr. Okay, mache ich. Danke schön. Wiedersehen. Hallo. Guten Tag. Hallo, grüß dich. Wen hab ich da? Das Ford. Du sprachst in Russisch. Herr Scheidenreiter ist hier. Und ich kann so kakalaken sprechen nicht. Dann müssen wir jetzt hier auf Deutsch weiterquatsen. Und ich kann so kakalaken sprechen sprechen. der mit Ihnen spricht auf Englisch. Entschuldigung, Sie warten. Es ist schön, Sie sehen hier, aber Sie können Deutsch versuchen. Ich verstehe Sie, Sie warten. Ja, das ist interessant. Hallo? 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 på-Russkai, разговarивайте, пожалуйста. Olinx, wozu? Nein, ich will Sie. Vielen Dank, Herr Karr. Ich rufe auf den Finanzmarkt, wo Sie Ihre Daten hinterlassen haben, um Geld zu investieren, aber bis jetzt haben Sie noch keine Konten bei uns eröffnet. Ja, können Sie mich da morgen um 19 Uhr nochmal anrufen? Äh, kann ich nicht. Wir haben ein Angebot nur für heute. Ja, dann tut mir leid. Einen schönen Tag noch. Wiederhören. Können Sie noch einen Kommentar von uns bekommen? Ich habe jetzt keine Zeit. Morgen dann. Wieso haben Sie denn Anrufe anruft, wenn Sie keine Zeit haben? Ja, weil ich freundlich bin und das am Telefon so sage, dass ich jetzt gerade keine Zeit habe. Deswegen habe ich Ihnen ja angeboten, dass Sie morgen anrufen können. Ich kann morgen nicht anrufen. Dann tut es mir leid. Einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Sie können es nur für heute machen. Ja, dann ist es so. Und Sie können jetzt für heute anfangen. Ja, ist mir egal. Dann kriege ich es halt nicht. Ja, dann ist es so. Es ist Ihnen nicht egal, weil Sie haben selbst Ihre Daten hinterlassen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt keine Zeit. Dann haben Sie nur versucht, eine Einzahlung zu führen. Welchen Teil von ich habe keine Zeit? Verstehen Sie denn jetzt genau nicht? Dass Sie den Anruf beantwortet haben und mit mir schon zwei Minuten sprechen. Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt für so ein Theater keine Zeit. Ich glaube, Sie haben viel Zeit und Sie können ein bisschen zu hören. Wenn Sie der Meinung sind, aber so wird es ja... Nein. Wissen Sie was? So unfreundlich, wie Sie sind, werde ich bestimmt nichts einzahlen. Wenn Sie schon den Anruf beantwortet haben und Sie sprechen mit mir ganz viel Spaß, ja? Und sagen, dass Sie keine Zeit haben, nur damit Sie mit mir nicht sprechen werden. Aber ich weiß nicht, dass Sie Zeit haben. Wie gesagt, ich hatte Ihnen ja angeboten, dass Sie morgen anrufen können, aber wenn Sie das für nicht sinnvoll empfinden, dann können wir verlassen. Also, wenn ich heute habe, ich Sie angerufen, weil nur für heute haben wir Angebot. Wenn wir das Angebot für morgen hätten, würde ich morgen anrufen, aber nein, ich mache das heute. Weil nur für heute können Sie Ihr Konzentrieren. Haben Sie heute keinen Erfolg. Worauf fragen Sie dann? Was wird morgen ändern? Ich habe jetzt aber keine Zeit für mich. Vielleicht werden Sie morgen mehr beschäftigt sein als heute. Deswegen können Sie heute Ihr Konzentrieren. Das dauert nur um 15 Minuten. Und morgen können Sie Ihr Handel starten. So können Sie machen. Ja, wie gesagt. Weil ich glaube, Sie haben fünf Minuten. Und wenn Sie merken, Sie können das natürlich auch organisieren. Ja, wie gesagt. Die Aktivierung dauert nur fünf Minuten. Die Aktivierung dauert nur fünf Minuten. Ja, interessiert mich nicht. Mache mit Ihnen keine Gefäfte. Ihr Handel können Sie morgen starten. Ja, ist mir egal. Und dann werden Sie Zeit dafür haben, weil Sie werden morgen Zeit haben. Ja, interessiert mich aber nicht. Sie können Ihr Interesse während der Probezeit zurückzügen. Deswegen biete ich ein Testkonto an. Ja, aber wie gesagt, ich bin die unseriös. Und Sie können mit unserem Bonus erst Ihr Konto starten, Ihr Handel starten. Und etwas Interessantes für Sie selbst finden. Sie werden trotzdem erfahren, wie Sie sie bereichern und Geld gewinnen. Ich finde Sie unseriös. Sie sind auch sehr unseriös. Ja, Sie sind unseriös. Aber mein Angebot ist sehr unseriös. Und wenn Sie sehr unseriös sind, dann natürlich ist dieses Angebot nicht für Sie. In Ordnung. Dann wissen wir ja bis heute. Aber trotzdem werden wir Ihr Konto aktivieren, weil Sie haben selbst die Daten hinterlassen. Und ich glaube, Sie dachten, dass es unseriös sind und es ist unseriös. Sie haben es noch nicht ausprobiert, deswegen sagen Sie so. Und Sie haben noch keine Zusammenarbeit mit uns durchgeführt. Wie gesagt, bei Ihnen werde ich nichts investieren. Sie labern ja einfach weiter und gehen nicht auf die Wünsche des Kunden ein. Damit hat sich das dann für mich auch erledigt. Das hat sich nicht erwähnt. Sie haben noch kein Konto irgendwo eröffnet. Und Sie werden mit uns ein Konto haben, weil wir haben die beste Bedingungen und Sie können bei anderen Firmen kein Festkonto eröffnen. Das heißt, Sie können Ihr Geld verlieren. Aber bei uns verlieren Sie nicht. Also ich weiß ja nicht, was Sie sich jetzt davon versprechen, noch weiterhin in der Leitung zu bleiben. Ja. Ja, hallo. Ja. Ja, hallo. Hier steht Thomas Pula. Ja, richtig. Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Aha. Kann ich dann vielleicht morgen Vormittag anrufen, wenn Sie nichts dagegen haben? Nee, um 19 Uhr. Ah, ähm, 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 heute oder morgen, ja? Vormittag, Nachmittag, ja? Ja, um 19 Uhr. Okay, alles abgemacht. Aber ab 19 Uhr, ja? Ja. Okay, machen wir so, ja. Tschüss. Tschüss, Peter, danke, bis. Tschüss, danke sehr. Tschüss, ciao, wiederhören. Ja? Ja? Hi, Lutz, good morning. It's Chris calling you from Naga, the social trading platform. How are you? Wat für den Ding? Kannst du mein Deutsch auskratzen? I'm calling you from Naga. I sent you an email in Deutsch. Nee, nichts von Naga, tschüss. Ich will nicht essen. Keine Naga. You don't speak, you don't speak any English at all, no? Nee. No. Okay, you read German, yes? Mm-hmm. Okay, I sent you an email in German for your documents. Can you have a look at the email for me? Keine Ahnung. Da muss man einer auf Deutsch rauskriegen. Give me one second. Let me get you somebody who speaks German. One second. Mm-hmm. Just tell him, I sent him an email in German. Ja, schönen guten Morgen. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Herr Vorhaus, ähm, letztendlich, mein Kollege hat nur gesagt, dass er Ihnen eine E-Mail gerade geschickt hat, ne? Und dass Sie einfach mal da reinschauen können. Ach so. Ja? Okay, das war's dann schon von unserer Seite, ja? Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Okay, tschüss. Ja? Hallo, schönen guten Morgen. Wird ich mit Herrn Hubschrauber, ja? Nee, der Herr Hubschrauber, der ist gerade nicht zu sprechen. Der wäre aber so ab 15.40 Uhr wieder da. Okay, 15 Uhr. Okay, danke schön für die Antwort. Nee, 15.40 Uhr. Aha, so, danke schön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ja? Also, ich rufe Sie, äh, ein bisschen später. Danke. Tschüss. 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 Ja? Hallo, Sebastian. Hm? Do you speak English? Nee. Nee, okay. Mein Name ist Ren, ich rufe Sie aus Bitcoin Software an. Ach so. Da, äh, melden Sie sich mal am besten nochmal um 18.40 Uhr. Okay, okay. Wie rufen Sie Sie denn? Alles klar, bis später. Äh, äh, ja? Winteraktion, mal shop online, Rostan. Kann ich mit Frau Jela sprechen? Äh, ist gerade nicht erreichbar. Ab, äh, 15.50 Uhr. Ähm, sind Sie Ihr Mann? Ja. Ähm, eigentlich geht es um eine Bestellung, äh, seitens Frau Jela. Wissen Sie was darüber? Ein Naturmittel hat bei uns bestellt, ne? Nee, um 15.50 Uhr ist erreichbar. Okay, dann... 15. Gut, in Ordnung. Dann melden Sie mich später. Danke. Guti. Tschüss. Guten Tag. Sie werden im Folgenden einen Code hören, mit der Sie Ihre Telefonnummer verifizieren können. Der Code lautet 1 0 7 8 2. Ich wiederhole, der Code lautet 1 0 7 8 2. Wenn Sie den Code wiederholt haben möchten, so drücken Sie eine beliebige Taste. Ja. Abkommt. So ist noch angehört. Jo, und was ist denn da am Apparat? Nix. Ja? Ja, die Leitung war weg. Entschuldigung, bitte, ne? Ich wollte mich nur kurz bei Ihnen kurz melden. Jetzt... Können Sie mich jetzt besser hören? Ja, ich kann hören, aber wir haben jetzt keinen Termin. Nee, nee, um 15 Uhr. Aber ich wollte mich nur kurz bei Ihnen kurz melden und fragen, damit Sie auch nicht vergessen, um 15 Uhr ist auch der Termin. Da sind Sie auch um 15 Uhr auch pünktlich auf am Computer, richtig? Ja. Super. Dann bis um 15 Uhr bitte nicht vergessen, Oliver Klein. Nur deswegen wollte ich mich kurz melden. Ich bitte auf Verzeihung, ne? Mhm. Okay. Dann bis später, ne? Bis später. Ciao. Hallo. Ja. Schönen guten Tag. Mein Name ist Gödeke vom... Ja. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Kerner vom Gewinnspiel Service. Ähm, ich hätte gern Sebastian Sprüse an der gesprochen. Äh, der ist jetzt gerade nicht zu Hause. Um 15 Uhr 30 könnten Sie das da mal probieren. Äh, um 15 Uhr 30. Okay, dann machen wir das. Ja, und mit wem spreche ich jetzt? Ja, ist egal. Und, äh, das ist doch aber seine Telefonnummer, oder? Ja. Wohnen Sie da zusammen, wenn ich mal fragen darf? Hm. Ach so, okay. Gut, dann machen wir das. Ich danke Ihnen erstmal, ja? Okay. Tschüss. Ihr persönlicher Code lautet 9619. Ihr persönlicher Code lautet 9619. Ja, bitteschön. Hallo. Schönen guten Tag. Spricht mit Manuel. Das ist der Vorname. Wen möchten Sie denn genau sprechen? Mein Name ist Gerard. Sie waren bei uns angemeldet für unsere automatische Online-Handelssystem. Ja, wer denn? Guten Tag. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Schwanz. Was möchten Sie denn? Hier spricht Emil Werner, leitender Berater. Es geht um Investitionsmöglichkeiten. Ich rufe Ihnen von Beratungsunternehmen. Wir beschäftigen sich mit Kryptowährungen und Investitionen. Jetzt haben Sie auch solche Möglichkeiten. Mit uns Geschäfts machen. Wissen Sie jetzt, unser Rügel? Ich investiere doch schon. Brauche ich dir doch nicht zu. Sie investieren auf offizielle, öffentliche Plattformen in Kryptowährungen, ja? Ja, ganz genau. Und sind Sie mit Ihrem Ergebnis zufrieden? Da bin ich zufrieden, ja. Möchten Sie noch mit jemandem investieren und jedes Monat passives Einkommen bekommen? Ich freue mich, bei zwei Plattformen investieren. Das ist ja Quatsch. Auf welche Plattformen Sie investieren? Auf Binance vielleicht, ja? Was? Vielleicht Sie investieren auf den Plattformen Binance und Bid. Oder Allah, Allah, Alif, ja? Nö, auch nicht. Wieso? Auf welche Plattformen investieren Sie? Was geht denn Sie das an, wo ich mein Geld investiere? Das ist nicht... Kommen Sie denn meine Daten her? Nein. Diese Information kann ich nicht benutzen. Das brauche ich nur für jetzt. Und? Ja, was wollen Sie? Können Sie bitte mir sagen, oder nicht? Ja, was... Woher... Wozu wollen Sie das wissen? Zum Beispiel, wenn Sie gerade jetzt noch auf dem TechStrake nicht investieren, ich kann Ihnen dort Investieren anbieten. Aber mit unseren Unternehmen und mit unserer Hilfe. Dann bekommen Sie jeden Monat von 40 bis 60 Prozent Profit. Wie heißt Ihre Plattform? Das ist nicht unsere Plattform, das ist offizielle, öffentliche Plattform. Unsere Unternehmen ist Beratungsunternehmen. Wir nur geben Ihnen Ratschläge. Und mit diesen Ratschlägen, Sie können maximales Profit bekommen. Ja, klingt absolut unkrieg. Das lassen wir mal. Nochmals, bitte. Ich sag, es klingt unseriös. Das lassen wir mal. Ich verstehe gar nichts. Etwas mit Verbindung oder bin ich im Lack sprecher? Ich auch. Weiß ich nicht. Mir doch egal. Wir lassen was halt. Okay. Kann ich Ihnen alles zeigen, wo wir investieren? Und Sie können Sie auch dort investieren? Nö, brauche ich nicht. Was wissen Sie nicht? Wenn Sie gerade am Computer sind, oder? Dann machen wir das alles mit dem Handy. Hallo. Ja, was denn? Was geben was? Ich möchte Ihnen die richtige Information geben und zeigen. Ja, damit Sie irgendwas geben können, sollten Sie vielleicht mal anständig Deutsch lernen, weil das ist ja absolut Katastrophe. Möchten Sie ein bisschen oder nicht? Also wenn Sie das jetzt noch nicht begriffen haben, ja, dann weiß ich ganz stark, dass Sie da irgendwas in dem Job dazu suchen haben. Okay, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Bis später. Ich hoffe Ihnen. Jedes Morgen. Nö, jetzt verbitte ich Ihnen. Eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal haben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.